Ich habe hier den neuen BetaFPV SuperD ExpressLRS Empfänger. Einen echten Diversity ExpressLRS Empfänger. Er benutzt zwei Antennen und hat zwei echte Empfangseinheiten und hier wird immer der beste Empfang von einer Antenne verwendet. Auf dem Empfänger befindet sich ExpressLRS 3.0 und ich habe hier die typischen Anschlüsse, Masse, 5 Volt, TX und RX. Das Besondere an den Empfänger ist aber hier der Oszillator. Das ist ein TCXO Oszillator, also ein Temperaturkompensierter Oszillator, der besonders hohe Temperaturstabilität hat. Das heißt egal ob ich bei typischen 20 Grad fliege oder bei 5 Grad oder vielleicht erwärmt sich das Ganze und ich fliege bei 30 Grad. Ich habe immer die gleiche Frequenz, also das bedeutet, dass ich immer den besten Empfang hier habe. Wenn man sich die Informationen im Internet anschaut, zum Beispiel auf dem Jauchblock, sieht man das typische Temperatur eigentlich auf 20 Grad ist. Also diese Frequenz wird normalerweise verwendet. Das ist die Frequenz, die ein typischer Oszillator nutzt. Aber wenn es zu kalt wird oder zu warm, dann verändert sich die Frequenz. Deswegen gibt es die TCXO Oszillatoren, die eine interne Korrekturkurve haben. Das ist je nachdem wie die Temperatur ist. Dementsprechend wird hier die Frequenz korrigiert und so habe ich dann immer die konstante Frequenz auf der ganzen Temperatur Linie. Deswegen finde ich den SuperD ExpressLRS von BetaFPV so interessant, weil er hier an zwei Stellen optimiert ist. Doppelter Empfang und der beste TCXO Oszillator, der mir immer die gleiche Frequenz liefert. Das Board alleine wiegt 1,1 Gramm und mit den Antennen sind es 3,17 Gramm. Nehme ich jetzt hier noch so eine Höhle, vielleicht noch ein paar Kabel, dann bin ich immer noch unter 4 Gramm und habe eigentlich den besten Empfänger, den ich für ExpressLRS bekommen kann. Der Empfänger ist 22,6mm lang, 13,7mm breit und die Dicke ist 2,6mm oder mit den Antennen komme ich hier auf ungefähr 3,7mm. Die Telemetrie Übertragung ist 20 dBm also 100mW. Also sendet der Empfänger mit 100mW zurück an die Funke, was ein ordentlich starkes Signal ist. Um den BetaFPV SuperD Empfänger mit der aktuellen Firmware zu bespülen, benötigt man zuerst den aktuellen ExpressLRS Konfigurator 151. Dann wähle ich die 301 Firmware aus, dann BetaFPV 2,4 GHz und hier kann ich jetzt BetaFPV SuperD auswählen. Und verwende jetzt hier die Standard Einstellungen und starte das Kompilieren und übertragen. So und jetzt ist alles aufgeschrieben und alles funktioniert. Ich finde den BetaFPV SuperD ExpressLRS Empfänger richtig gut für Long Range oder für große Quadcopter, auch wenn man mit 5 Zoll Quadcopter fliegt und den besten Empfang haben möchte. Alternativ gibt es den ExpressLRS Nano Empfänger, der auch eine externe Antenne hat mit gutem Empfang. Für Flugzeuge gibt es den PWM Mikro Empfänger für bis zu 5 Kanäle also 5 Servos die man steuern kann. Die Empfänger kann man alle bei BetaFPV bestellen und einige Empfänger wie den Mikro Empfänger oder den Light Empfänger bekommt man direkt von Amazon aus Deutschland. Also viel Spass beim Fliegen.